Was ist die DTS-Systemoberfläche? Sie zeichnen sich aus durch perfekte Anti-Fingerprint-Eigenschaften und durch extrem hohe Kratzbeständigkeiten. Diese testen wir auf dem Eriksen Equipment auf einem schwarz pigmentierten Muster. Wir haben die Kraft auf 4 Newton eingestellt und sehen, dass die Nadel keine Spuren und Kratzer in der Oberfläche hinterlässt. Wir testen die transparente Version auf Dekorpapier und stellen das Eriksen Equipment sogar auf eine Kraft von 9 Newton ein. Und auch hier sehen wir, dass die Nadel keine Kratzer in der Oberfläche hinterlässt. Elesco CleanTouch Oberflächen können direkt verarbeitet werden auf kontinuierlichen Kaschieranlagen, wie an diesem Beispiel auf HDF-Platten oder aber sie können zum Schichtstoff weiter verarbeitet werden. Elesco CleanTouch, die ultramatte Anti-Fingerprint-Oberfläche mit extremen Kratzbeständigkeiten von DTS-Systemoberflächen. Vielen Dank.